Im Zimmer 09 Amt für alle Zustände herrscht Ratlosigkeit darüber, ob das Linz 09 Projekt Montezumas fallender Adler jetzt noch oder nicht produziert bzw. nächstes Jahr uraufgeführt wird. Nach unzähligen Berichten in den heimischen Medien, Pro- und Kontrapressekonferenzen und gegenseitigen Schuldzuweisungen muss das Leben von zwei Beamten trotzdem weitergehen. Wie kommen zwei Beamte auch dazu, den Fight für die wichtigeren Personen auszutragen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Nein, 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 nicht schon wieder. Geh, komm, jetzt war ich da eh grad. Ach, Gott, nein. Was ist denn das? Ich muss ja auch, ich muss ja auch, ich muss ja auch. Das gibt's ja gar nicht. Na geh, hey. Hey, was sprichst du da? Ich muss, ich muss, ich muss. Musik Montezumas Rache wird allen, die mit Linz 09 etwas zu tun haben, heimsuchen. Viele sind Programm, elf bereits angekündigte, aber dann doch abgesagte Projekt auf alle Fälle. Weitere Überraschungen, nichts auszuschließen. Musik Es ist tragisch, wenn man sich zusammenarbeiten mit diesen Herren, und da soll ich mir nochmal bleiben. Musik Jetzt, hey, die Klo-Wars. Musik Musik Komm auf die dunkle Seite der Macht. Du bist ja so ein Hiesler. Du bist ja so ein Hiesler.